Ob Elisabeth, Tanz der Vampire oder das Phantom der Oper, Songs der Erfolgsmusicals ertönten gestern in der Stuttgarter Liederhalle. Gesungen von über 240 Sängern der Chorgemeinschaft Kai Müller, die sich aus verschiedenen Chorgruppen aus der ganzen Region zusammensetzt. Bei dem musikalischen Großereignis waren auch internationale Musicalstars dabei, wie beispielsweise Janas Delay.